Wir haben uns heute unter den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geeinigt, dass wir alle dafür sind, dass das Aufkommen des Solidarzuschlages auch in den Jahren nach 2020 weiter gebraucht wird. Und wir haben uns weiterhin dazu verständigt, dass es eigenständige Mittel der Länder sein müssen, über die wir reden. Wir wollen keine Fondslösung, weil diese Fondslösung erstens verfassungsrechtlich den Ländern nicht ermöglichen, ihre verfassungsrechtlich verbürgten Aufgaben wahrzunehmen. Und zweitens, weil die Länder keine Lust haben, auf Dauer Bittsteller beim Bund zu sein und dann darum zu betteln, welche Mittel welches Land bekommt. Und drittens haben wir uns darüber geeinigt, dass den Ländern 50 Prozent des Aufkommens aus dem Solidarzuschlag zustehen. Das sind circa 8 bis 10 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die die Länder vom Bund einfordern, um zu einer Lösung kommen zu können. Wir haben uns nicht geeinigt über den Weg, den man gehen kann. Sie wissen, dass die A-Länder am Sonntag in Düsseldorf eine entsprechende Übereinkunft erzielt haben. Dass wir dabei bleiben, dass das Modell der Integration des Solis in die Gemeinschaftssteuern für uns ein gangbarer Weg ist. Dieses Modell liegt nach wie vor von Seiten der A-Länder auf dem Tisch, wird von Seiten der B-Länder als nicht zielführend betrachtet. Dazu kann Frau Lieberknerich gleich noch Stellung nehmen. Allerdings fehlt auch ein entsprechendes Gegenmodell, über das wir dann diskutieren könnten. Und das war die Bitte der A-Länder. Wenn ich hier mal für die A-Länder sprechen kann und nicht als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, müsste möglichst schnell auf den Tisch gelegt werden, damit wir vor der Ministerpräsidentenkonferenz der regulären im Dezember schon drüber und erstens uns informieren können, zweitens uns eine Meinung bilden können und dann in der Ministerpräsidentenkonferenz ausführlich drüber diskutieren können. Wichtig ist, dass wir mit dem Bund die Einigkeit haben. Der Solidaritätszuschlag muss in der Höhe weiter erhalten bleiben. Die A-Seite hat ihren Vorschlag gemacht, hat ihn ja auch am Wochenende mit dem Sonntagabend öffentlich gemacht. Die B-Seite sieht hier eine zielführendere Lösung darin, den Solidaritätszuschlag auch in Zukunft als Sonderabgabe zu erhalten. Und dazu ist auch ganz klar die konzeptionelle Vorlage, dass diese Sonderabgabe natürlich zur weiteren Befriedigung von Sonderbedarfen besteht, die wir auch klar definiert haben. Für uns ist es wichtig, dass insbesondere drei Bedarfe befriedigt werden müssen, wo objektiv die Notwendigkeit der Finanzierung besteht. Es ist unstreitig, dass Länder in Notlagen, insbesondere unstreitig das Saarland und Bremen weiter Hilfe brauchen. Da wird eine Gesamtsumme von etwa 800 Millionen Euro für beide Notlagenländer veranschlagt von Seiten der B-Seite. Dass die neuen Länder Bedarfe haben, die wir im Übrigen auch gemeinschaftlich A- und B-seitig mit der Bundeskanzlerin vor der Sommerpause bei der gemeinsamen Ostministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin ja auch definiert haben, die darin besteht, dass wir einen besonderen infrastrukturellen Investitionsbedarf weiter haben, dass unsere weit unterproportionale kommunale Finanzkraft berücksichtigt werden muss. Auch das ist ein Thema, wir haben im Moment ja nur 64 Prozent der kommunalen Steuerkraft, West auch der finanzstarken Länder in Anschlag gebracht, wo wir eigentlich fairerweise sagen, es müssten 100 Prozent sein. Der Osten ist weit darunter. Das muss Berücksichtigung finden, genauso wie regionale Strukturschwächen. Auch bei allen blühen Landschaften ist unsere Wirtschaftskraft eben nach wie vor weit unterproportional, auch zu der in den westdeutschen Flächenländern und auch Folgen des demografischen Wandels die Berücksichtigung finden. Also insgesamt Bedarfe für die neuen Länder.